Yo! Hi! Ist dein Leben trüb und dunkel? Würdest du gerne wissen, wie man adäquat mit dunklen Menschen kommuniziert, weil du es bisher falsch gemacht hast? Yo! Hi! Dann hol dir jetzt die Haarfe der Bläckigkeit. Mit der Haarfe der Bläckigkeit verstehst du deine schwarzen Mitmenschen. Von der Sprache bis hin zur Mimik und Gestik. Hallo, mein verehrter Bruder, dessen Vorfahren wie meine damals versklavt wurden und dafür gesorgt haben, dass wir jetzt ungestraft bei KFC essen dürfen. Die Haarfe der Bläckigkeit. Ey, yo, kennst du fünf Dinge, die ich schwarz ungern hört? Uh, kill him! Ey, yo, fünf Dinge, die jeder schwarz zu ungern hört, das ist übertrieben. Uh, ich find dich zu attraktiv, aber mir fehlen die Eier, es dir zu sagen, deswegen schreich dir von hinten hinterher. Die Haarfe der Bläckigkeit. Dank der Haarfe der Bläckigkeit verstehst du nun deine schwarzen Mitmenschen. Aber das ist neulich alles. Wenn du ein Toilolu mit nem Kamm kennenlernst, fusioniert ihr euch zu... einer Boyband. Die Haarfe der Bläckigkeit. Hey, yo, fünf Dinge, die jeder schwarz zu ungern hört, das ist übertrieben. Oh, du bist zu attraktiv und die Bahn kommt gerade und zerstört unser Take. Hallo, mein verehrter Bruder. Das ist ein Farbkending. Ey, da, 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 da. Wah! Ich muss doch lachen. Ich darf nicht lachen. Die Joke an sich. Was ist die Harte? Scheiße, Digga. Was ist das, Digga? Was ist das, Digga? Ready? So, wenn du hier klickst, erfährst du die fünf Dinge, die Schwarze ungern hören. Und wenn du hier hinklickst, dann erfährst du, warum die Frauen schlimmer sind als die NSA. Und wenn du es noch nicht getan haben solltest, noch kein Familienmitglied bist, dann kannst du folgendes tun. Abonnier diesen Channel. Und wenn du dich gefragt hast, wer die Jokes gerade gewesen sind, dann kannst du auch folgenden Channel abonnieren. Power Bros. Wenn du mehr Sketches sehen möchtest oder mehr Musikalisches, dann kommentiere jetzt mit... Dings! 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 Dings!